Ja, Freunde, dann bitte willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Ben, ich will heute mal ein bisschen die Max irgendwie ärgern. Den blöd mal da unten. Wollen wir den mal einmauern oder sowas? Mal gucken, was passiert. Ja, ein bisschen die Roboter ärgern. Oh, geht mir jetzt schon am Sack des Vieh, Alter. Ist das der Einzige da an dem Flügel? Den sperren wir erstmal den Weg ab hier, wa? So, jetzt komm ich da runter. Zap, 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 zap. Links müsste ja auch noch irgendeiner sein, oder? Mauer auswählen, wo ist sie denn? Ja. Lauf, rauf. Ja, wir können jetzt gucken, wo er hinläuft. Haha. Oh Gott, hier ist er auch noch. Ist der weg? Ja. Kann ich hier weitermachen? Hahaha. Da kommt der Idiot. Ey, Lul. Äh. Oh Mann, ich sehe immer den ganzen Scheiß hier nicht. Schnell. Na? Er läuft gegen die Wand. Äh, guckt euch das mal an. Dann kann ich hinter ihm jetzt ja auch noch eine Mauer bauen, ne? Warte mal, der schnallt das nicht, wa? Ach, da ist er da hinten. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn da durch? Ist unmöglich euer Verhalten hier wieder, Leute. Un-unmöglich. Jetzt rabbi, störe mich nicht direkt. Ja, jetzt muss ich hier wieder weg. Ja, oh, der kommt. Läuft ja gleich in die Stacheldinger da. Äh, die anderen Dinge muss ich auch gleich noch probieren. Hier können wir, glaube ich, gucken, oder? Wir schleichen uns von hinten an. Warte mal, ich muss sein kurz hier. Was soll das denn? Ah, das ist eine Scheiße, Mann. Ja, ja, Scheiße. Weg. Ach, ärgerlich. Was schwitzt du denn hier so? Ja, hier sind aber noch so andere Dinger. Hier der spanische Reiter, den müssen wir auch nochmal probieren. Oh, das soll ich jetzt nicht immer hören hier. Wo kommst du denn durch, Junge? Und weg. Das ist viel. Oh, der da nervt mich auch. Oh, dich auch gleich zu, du bleib mal. Oh, da sind die spanischen Reiter. Kann man das sehen so um links? Oh, der geht da rüber. Jetzt kommen die Stacheln. Geht der auch rüber. Der Arm dreht sich, aber er selber nicht. Ich würde ihn jetzt gerne einkesseln. Dann sollen wir aus dem Rotlichtmodus rauskommen. So, orange. Okay, der dreht um. Unfassbar, Mann. Oh, jetzt kommt die andere Nervensäge wieder um die Ecke hier. Ach, nicht doch. Jiga, geh mir doch nicht mal auf den Sack, du Vieh, Alter. Kann ich nicht mehr in Ruhe hier bauen, oder was? Es ist hier, Alter. Oh, das ist hier, Alter. Du musst nicht mehr in Ruhe. Das ist hier, Alter. Äntens. Du bist dann im Ruhe. Ich bin Ruhe. Ich bin Ruhe. Ich bin blown, Alter. Ich bin, Alter. Ich bin, Alter. Ich bin, Alter. Ich bin, Alter. nachgängig gekommen hier ginge unpässlich ginge maus damit ich noch erwischt hier mit so einem c4 treffer ja das problem der hört mich dann den händen herrlich auch immer das kann wirklich ein handwerksmenü komm schon damit der blöd man mich da hinten nicht sieht oh da kommt das schon wieder adeka zieht er mich da schon wieder alter ok ich muss mich mal kurz bandagieren hier meine güte war immer gut oder was gar so einfach hier die max zu ärgern kriegt ja voll die packung hier dagegen läuft ist ja gut er darf mich aber nicht hören alter mach so langsam oh ne alter was für ein timing du kommst du nicht durch junge jetzt geht das wieder nicht in diesen scheiß da oder was er hat erstmal eingebaut der hund ja 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 eh oh er dann nur wieder digger 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 was für ne nervt digger bei unserem eigenen Mech eingemauert hier hm eh oh digger alter desaster hier sehen sie hier wieder wie bei jurassic park hier weißt du ich komm da gleich hin lieber jurassic park hier weißt du wie ich mein dämliches Vieh alter ne granate hinschmeißen wa und du hier drinnen jetzt äh passiert gar nix alter was denn mit der los geworfen hat er doch hier ha 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 Geh doch hoch, Alter, die Trottel. Ne, nicht nur die Leiter hochgehen, krass aus, was ist so ein Drecksvieh da hinten der da? Ja. So, der kann uns ja nix, ich leg mal hier jetzt diese Minen hin, ne? Die Dinger hier. Oh, ne. Oh, hat er mich... Scheiße, Alter. Hat die Sau mich erwischt, das gibt's doch nicht, Alter. Da schießt er dagegen, oder was? Oh, das war doch eigentlich mein Plan. Ihr seht, das ist echt nicht leicht mit den Robotern. So, ich hätt' ja wirklich Bock, ähm, hier nochmal in die Luft zu sprengen, so weißt du. Puh. Wo ist... Äh, wo ist der denn jetzt hin? Ganz merkwürdig, der ist einfach verschwunden. Oh, dicker, Alter, ich hab die doch grad da hingelegt, ey, was ist denn hier los? Äh... Wieso, wenn ich die Schafe mal, Alter, was ist denn das für ein Quatsch? Ist das ein Bug, oder was ist das jetzt hier? Ist das schon wieder ein neuer Bug, irgendwie, oder was? Äh, ich dachte, der Robby, wer hätte dagegen geschossen, Alter? Dann löse ich meine eigenen Bomben da aus? Ja, gut, dann machen wir das so, ich leg die da hin und dann, äh, versuche ich dagegen zu schießen, das müsste ja funktionieren, ne? Also sowas. Okay, da hinten kommt der Robby, ich leite grad die, äh, Sniper nach, Leute, ihr seht's selbst. Und, äh, der ist tatsächlich ganz hinten oben gelaufen, nach da oben hin, ne? Ich denke, wo ist der Roboter denn geblieben, ne? Der ist echt, der läuft da ganz außen rum. Weil da oben war ich ja als Bambi, wo er mich gesehen hat, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach. Das da hinkrieg ich irgendwie. Oh, neee. Na ja, ja, schon klar. Scheiße, Sau. Was ist denn da? Wieso trifft er denn nicht der Arsch, Alter? Oh, Digga. Ja. Ich hab keine Tabletten. Was ist denn hier los, Alter? Ich hab meine Dinger noch nicht gemacht, ja? Ja, ja, er sieht auch immer alles, ne? Oh, das ist ja unheimlich schwierig, den da irgendwie kaputt zu kriegen. Ich glaub, da muss ich von oben runterschießen, irgendwie, ne? Muss eingebaut werden, ne? Der blöde. Schwierig, die Dinger zu treffen, Mann. Weil, ne, dieses Abschätzen ist er jetzt dort. Oh, guck mal, da lag auch noch eine. Wieso dreht er sich denn jetzt um? Na gut, hat er gehört, wahrscheinlich. Aber gut, ich hab aber auch ein Dings dran, hier, ne? Das ist ein Dings hier, so eine... War da nicht irgendwie ein Dings hier? Echt übertrieben, Alter. Ich wollte eigentlich in dieser Folge ein Mech kaputt machen, aber... Das kriegt man hier gar nicht hin. Oh, jetzt kommt der schon, äh... 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 Oh, jetzt kommt der schon. Okay, ich weiß nicht, wenn ich mir da, dich nicht hin. Echt? Oh, jetzt kommt der schon mal. Oh, jetzt kommt der schon mal. Ich glaube, ich ziehe. Oh, jetzt kommt der schon mal. Was ich besch��, das gehört? Oh, jetzt kommt der schon mal. Ich weiß nicht, weil duฉ nicht verlieren. Ich weiß nicht, aber ich will. oh mein grad zwei c4 treffer hier oder was den bauern bauen wir eine hier den scheiß märche aber wie kill ich die denn sag mal aber einbauen funktioniert jetzt das haben wir auf jeden fall jetzt gesehen früher war das nämlich so dass die einfach durch wände durchgelaufen deswegen wollte ich das auf jeden fall mal testen wie es jetzt halt mittlerweile aussieht ja ja scheiß viecher kann doch keiner leiden die dinger echt nicht hochstand hier können sie auch den nächsten dinosaurier besichtigen im zoo vielleicht so kann man das geht nicht aber es ist nicht schlimm wie alt da habe ich da jetzt gegen schießtreff wahrscheinlich meinen eigenen zaun hier hoch ne der trifft wieder also eingesperrt haben wir die viecher naja genau 2 40 hat er mich wieder gekillt war der sack meine güte eingesperrt haben wir sie und jetzt müssen wir sie nur noch kaputt hauen original da müssen wir irgendwie so einen kleinen spalt hier da an der seite ist ja so ein holzbrett noch das weghauen und dann da durchschießen oder so dass er uns nicht trifft aber wir treffen ihn halt irgendwie so ein fenster gibt es ja noch nicht kein fenster oder schicht hat oder sowas kann ich ja nicht reinbauen da aber ich habe mir vorgestellt diese einzukesseln und dann kaputt zu schießen ich will das brett weg schießt was ist denn das eine kacke alter so ein einfaches holz breiten dann lad doch mal vernünftig nach wo ich rast hier schon wieder aus zu dir kommen ja auch noch und dann wieso ist das verstehe nicht der hat überhaupt dass er irgendwie ist der pet irgendwie anders alter man konnte die dinger immer kaputt schießen alter man kann keine dinger mehr kaputt schießen ja das ist ja interessant das wusste ich nicht wusste die das oder was ich mal so eine mine hier ja du machst schon wo ist sie denn jetzt hin da ich habe angst bringen ja immer selber um die dinger so also wenn da jetzt keine kein schaden dran ist da immer nur ich bin der einzige der schaden abkriegt halt das ist egal was ich immer irgendwie ist ja nicht normal ja und wenn man explodiert ist die komplette leiche natürlich wieder weg und das ist aber wenig jetzt aber irgendwie also ihr seht das irgendwie ist da was mit dem patch oder so die haben da irgendwie wesentlich wieder was geändert aber dann wissen wir scheid die sind eingemauert also wenn ihr hasse auf diese robber da schiebt dann könnt ihr die versuchen von den turmen aus oder so kaputt zu machen zerfetzt sie meinen segen habt ihr und dann sehen wir uns schon morgen wieder wenn ihr bock habt und dann sehen wir uns schon mal wieder